Hallo und herzlich willkommen zurück beim Blocktrainer. Das hier ist eine Eilmeldung, denn jetzt versuchen Betrüger die aktuelle unsichere Lage bei Nuri auszunutzen und wir schauen uns das Ganze einmal an und ich möchte euch noch ein paar Handlungsempfehlungen zu dieser Thematik geben. Viele haben in der aktuellen Situation jetzt Angst. Tatsächlich ist es so, dass ihr immer noch ganz normal an eure Coins kommt. Das ist ja auch ein Vorteil von Nuri gewesen, weil wenn ihr diese Vault benutzt habt, dann könnt ihr jederzeit eure Bitcoin abheben und Nuri kommt da gar nicht dran. Also selbst wenn jetzt ein Insolvenzberater sagen würde, hier alle Kundengelder einfrieren, wäre das technisch gesehen gar nicht möglich, wenn ihr die Vault nutzt. Das war ja wie gesagt einer dieser großen Vorteile, weswegen wir gesagt haben, hey für einen Anfänger ist Nuri ein ganz gutes Produkt, weil du hast direkt deinen eigenen Schlüssel. Ansonsten gibt es natürlich auch noch die Custodial Wallet, aber Nuri hat in einer Mail auch nochmal bestätigt, hey, ihr kommt überall dran. Das ist ganz wichtig. Das ist der nächste Vorteil, weil Nuri ein deutscher Dienstleister ist. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn ein Dienstleister im Ausland sitzt, der sich überhaupt nicht an irgendwelche deutschen Gesetze oder Richtlinien enthalten muss und bei dem sowas passiert, ob ihr dann wirklich noch an irgendwelche Werte und Kryptowährungen drankommt, die auf der Plattform verfügbar sind. Und das ist hier ein Riesenvorteil. Das heißt, im Endeffekt ist gerade gar kein Schaden entstanden. Die Leute kommen an ihre Kryptowährungen dran. Ein kleines Problem gibt es aber schon. Die Server sind gerade maßlos überlastet, weil ja jeder gerade daran möchte. Ja, und das nutzen gerade Betrüger, um auf Plattformen wie zum Beispiel Twitter so zu tun, als seien sie der Nuri-Support und möchten euch überreden, dass ihr eine private Nachricht an diese sendet. Hier, hello user, can you contact our support team by sending a direct message now for assistance? Ja, und da möchte ich einfach verwarnen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr nicht auf Betrüger jetzt hereinfallt. Das ist nicht der Nuri-Support. Das sind Betrüger, die sich so tarnen, die sich das Logo klauen, so nennen, um euch dann wahrscheinlich in dieser persönlichen Mail zu sagen, ja, ja, schick deine Coins hier hin und dann kommen die aber auch runter, sowas in diese Richtung. Also das ist der größte Schaden, den ich gerade sehe und der größte Fehler, den ihr an der Stelle machen könnt. Das ist ganz wichtig, dass ihr das vermeidet. Wir haben in den letzten Monaten immer mehr andere Dienstleister empfohlen. Und natürlich hing das auch daran, dass der Service von Nuri sich nicht unbedingt verbessert hat. Auf der anderen Seite aber auch immer noch nicht so schlecht war. Und wir konnten das auch nicht wissen, dass da jetzt eine Insolvenz im Raum steht. Und im Endeffekt ist das selbst für die engsten Mitarbeiter, mit denen wir dort zusammengearbeitet haben, eine komplette Überraschung gewesen. Die haben uns vor wenigen Tagen einfach noch ganz normal geschrieben und haben jetzt selber, ja, am Ende diese Entscheidung vor die Nase gesetzt bekommen und sitzen da jetzt und wissen ja auch nicht, wie es weitergeht. Und seien wir mal ganz ehrlich, der grundlegende Service von Nuri war nie schlecht. Wir haben immer natürlich von dem Ertragskonto abgeraten. Wir haben immer gesagt, hey, am Ende, wenn ihr Bitcoin irgendwo kauft, hebt die sofort ab. Holt euch eine Hardware Wallet. Das ist sowieso immer unsere Empfehlung. Holt euch so eine Bitbox und sendet alle Coins dahin. Weil wenn das gemacht ist, dann ist das völlig egal, wenn das einem Dienstleister passiert. Das ist ja auch einer der Gründe. Wir haben immer als Grund genannt, hey, es gibt interne Betrügereien, dass irgendwer alle Kryptowährungen bei so einem Dienstleister klaut, wenn es eben so eine Custodial Wallet gibt. Und es gibt aber auch immer wieder Vorfälle, dass so ein Dienstleister insolvent geht. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass ihr selber eure Coins verwahrt. Und das ist genau der Handlungsraum, den wir auch immer empfohlen haben. Und wenn ihr das gemacht habt, dann ist das in etwa so, wie wenn ihr in ein Restaurant geht, dort gut esst, es ist hochwertiges Essen, und dann geht ihr nach Hause und drei Tage später bekommt ihr die Meldung, der Restaurantbesitzer ist pleite. Naja, das ist dann schade für das Restaurant und auch in diesem Fall jetzt für Nuri, weil es ein guter Anfängerservice war, aber am Ende ist kein Schaden für euch entstanden. Und das ist das, was wir an dieser Stelle nochmal betonen wollen, dass ihr jetzt nicht in Panik verfallt und vor allem nicht auf Betrüger reinfällt, weil im Endeffekt ist die Situation halb so wild. Genau deswegen haben wir immer diese Handlungsempfehlung ausgesprochen, einfach nie Coins bei einem Anbieter zu lassen. Ja, es ist einfach sehr, sehr wichtig. Und das kann mit jedem Anbieter passieren. Egal welchem Anbieter, den es da draußen gibt, sowas kann passieren. Und das ist dann super ärgerlich und das macht auch Aufwand, aber da kann man nicht viel dran machen. Ja, das ist leider so. Und dementsprechend hoffe ich einfach, dass ihr das auch so ein bisschen für euch jetzt reflektiert nutzen könnt, dass ihr auf gar keinen Fall auf Betrüger reinfallt. Das müsst ihr wirklich beachten. Und kleiner Hinweis, wir sind jetzt erst auf der Bitcoin-Zitadelle in der Schweiz und streamen dort das gesamte Event auf dem Blocktrainer-Community-Kanal. Den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Das Event läuft von Freitag bis Samstag. Und danach sind wir in den Flitterwochen. Und innerhalb dieses Zeitraums kommt jeden Tag von Montag bis Sonntag dann auf diesem Kanal hier das ganze Blocktrainer-Community-Event, also alle Vorträge, die es dort gab. Und da sind richtig gute Sachen bei und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ja, und zu guter Letzt noch einen Hinweis. Wenn ihr trotzdem irgendwie Fragen habt oder unsicher seid, kommt in das Blocktrainer-Forum, das ist komplett kostenlos, und fragt dort einfach. Die Mods sind super aktiv. Auch hier nochmal ein Dankeschön an die Mods und die gute Arbeit, die sie dort gerade leisten. Und dann könnt ihr dort Fragen stellen, euch mit der Community austauschen. Denn bevor ihr einen Fehler macht und auf solche Betrügereien hier hereinfallt, solltet ihr euch lieber absichern und jemanden fragen, hey, ist das seriös? Ja, soll das so sein? Weil wir wissen natürlich, dass gerade für Leute, die nicht technikaffin sind, die nicht viel in solchen sozialen Kanälen unterwegs sind, solche Dinge dann schnell so wirken, als seien sie seriös und man müsste sich da jetzt melden. Ja, und das soll natürlich nicht so sein. Ansonsten wünschen wir euch noch einen wundervollen Tag und auf Wiedersehen. Macht es gut, liebe Leute, und tschüss zusammen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017